Ja, dann gehen wir halt wieder zurück. Die Doreen hat mir gerade erzählt, sie hätte gerne noch jemanden gegrüßt, als ich abgeschaltet habe. Ja. Ja, man grüßt doch jetzt mal. Ich grüße alle, die mich kennen. Ach, wie ist das? Ja, ich grüße auch alle, die mich kennen. Und die mich nicht kennen, die würde ich gerne kennenlernen, um sie zu grüßen. Ja, okay. Ja, soviel dazu. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!